Die Werkzeuge des Gerüstbauers, die Wasserwaage. Als erstes die Bezeichnungen. Das ist der Lebelle für den Karabiner, damit man es am Lederkopper befestigen kann. Wir sehen die Lebelle für die senkrechte, also lotrechte Richtung und die Lebelle für die waagerechte Richtung. Unten sind noch zwei Magneten angebracht. Bei dieser Wasserwaage ist das zumindest so, mit der man die Wasserwaage am Gerüstrohr befestigen kann. Die Maße. Die handelsübliche Gerüstbauwasserwaage hat eine Länge von ungefähr 300 mm. Ich habe auch eine bei mir gebraucht mit 250 mm. Diese hat eine Höhe von 51 mm und eine Dicke von 20 mm. Gewicht ungefähr 0,2 kg. Die Verwendung. Erstmal allgemein B im Gerüstbau. Das ist für die senkrechte, also lotrechte Richtung. Wir sehen, dass die Lebelle aus dem mittleren Bereich herausgeht. Das ist also nicht lotrecht. Hier sehen wir die lotrechte Richtung. Die Lebelle befinden sich genau in der Mitte der beiden Anzeigen. So ist das richtig. Jetzt kommen wir zur waagerechten Richtung. Auch hier wandert die Lebelle nach links oder rechts aus, je nachdem wie geneigt der Riegel ist. So ist es wieder richtig. Die Lebelle finden sich genau in der Mitte der beiden Maßstriche. Wie man jetzt bei einem Modulgerüst hier genau den Stand auswiegt, das werde ich in einem anderen Video nochmal erklären. Aber das ist eine ganz typische Anwendung im Gerüstbau. Kommen wir zur Aufbewahrung. In der Regel wird der Gerüstbauer die Wasserwaage, wie hier zu sehen, am Leberkoppel aufbewahren, mit Hilfe eines Karabiners. Hier noch eine andere Möglichkeit, dass man sie direkt in die Zollstocktasche steckt. Bitte darauf achten, dass die Wasserwaage dort aber nicht herausfällt. Kommen wir zur Pflege. Von Zeit zu Zeit muss die Wasserwaage auf ihre Waage und Lotrechtlichkeit verprüft werden. Das kann man ganz einfach selber machen. Wir fangen mal mit dem Lot an. Und zwar der erste Schritt, die Wasserwaage lotrecht an den Untergrundteil, wie zum Beispiel an einer Wand, anhalten. Dann mit einem Bleistift einen Strich ziehen. Ich gebe dann diesen Strich an der Wand. Und jetzt einfach die Wasserwaage um 180 Grad zur rechten Seite umdrehen. So genau, wie er das die Unterkante der Wasserwaage genau wieder bündig am Strich liegt. Ist das der Fall, ist die Wasserwaage für die lotrechte Richtung noch einsetzbar. Analog geht das auch für die waagerechte Richtung. Der erste Schritt wieder an die Wand legen, Strich ziehen, Wasserwaage wieder umdrehen und die Kante muss wieder waagerecht am Strich anliegen. So wäre dann auch die waagerechte Richtung überprüft. Das bitte von Zeit zu Zeit mal machen. Ein paar Pflegetipps noch. Die Wasserwaage auf Beschädigung prüfen, eventuell aussondern. Wasserwaage am Wochenende und bei Urlaub zum Beispiel leicht einölen. Das verhindert den Rostansatz. Die Wasserwaage nur bestimmungsgemäß einsetzen und auf keinen Fall die Wasserwaage fallen lassen. Dadurch wird sie ungenau. Was ich eben schon gezeigt habe, die Wasserwaage von Zeit zu Zeit auf Lot und Waage überprüfen. Genau wie ich es eben gezeigt habe. Ein weiterer Wasserwaage ist die Schlauchwaage. Es geht da meistens darum, dass man einen Festpunkt hat und dass man diesen Festpunkt auf ein anderes Bauteil überträgt. Das funktioniert mit dem Gesetz der kommunizierenden Röhren. Was ist das? Um das besagt, dass verbundene Gefäße gleiche Füllstände haben. In den Röhren bzw. im Schlauch dürfen sich aber keine Luftblasen befinden. Also bitte beim Befüllen der Schlauchwaage darauf achten, dass sich keine Luftblasen darin befinden. Was ist, wenn wir solche Dinge nicht dabei haben? Nun, wir haben vielleicht ein Senklot dabei. Das ist das hier. Und da könnte man auch zum Beispiel bei einem Holzbalken, den man einbauen muss, die Lotrechte Richtung überprüfen. Man vergleicht die beiden Abstände x1, x2. Und solange diese beiden ungleich sind, ist es ungenau. So sehen wir es richtig. Wenn es dann Lotrecht stehen soll, x1 und x2, diese Abstände haben das gleiche Maß. In der Regel braucht man auch nur Fluchten. Man muss diese Abstände nicht nachmessen, sondern einfach nur mit dem Auge fluchten, dass man diese Abstände erkennen kann, dass sie gleich sind. Darauf kommt es eigentlich an. Das gibt es natürlich auch für die waagerechte Richtung. Allerdings brauchen wir da noch ein Bauteil mehr, aber ein Werkzeug mehr. Das ist der Zimmermannswinkel, den wir hier sehen. Und hier sehen wir die Situation, wie man es beide zusammen macht. Man legt den langen Schenkel des Zimmermannswinkels auf die Oberkante des zum Beispiel Holzbalkens und legt dann an den kurzen Schenkel das Senklot an. Und auch hier müssen zwischen dem kurzen Schenkel und dem Senklot die Abstände x1 und x2 gleich bleiben. Dann ist es waagerecht. Alternativ, falls wir keinen Senklot dabei haben, geht auch ein anderer schwerer Gegenstand. Das ist zum Beispiel hier auch die Schlagschnur, die man eventuell dabei hat. Auch die kann man dafür verwenden. Natürlich ist unsere Wasserwaage mit einer Länge von maximal so 30 cm zu kurz für größere Abstände. Was man machen kann, ist eine Richtlatte zu nehmen. Die ist in der Regel aus Aluminium hergestellt. Man legt sie auf dem Festpunkt auf und misst dann die waagerechte Richtung und kann dann andere Bauteile dann dort entsprechend einrichten. So, bitte nicht verwenden. Ich hatte es eben schon einmal gesagt, die Wasserwaage bitte nicht fallen lassen. Dadurch wird sie ungenau. Das war es wieder einmal für heute. Vielen Dank für euer Interesse. Solltet ihr konstruktive Kritik äußern wollen oder ihr habt Themenwünsche, dann schreibt es bitte in die Kommentare auf YouTube unter das Video. Sollte euch das Video gefallen haben, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr es auf YouTube liked und vor allem weiter empfiehlt. Solltet ihr noch nicht Abonnent dieses YouTube-Kanals sein, dann holt es bitte jetzt nach und drückt den Abo-Button, der jetzt gerade rechts im Bild erscheint. Dieses Video-Tutorial gehört zur Playlist Werkzeuge des Gerüstbauers. Da findet ihr demnächst auch noch weitere Videos. Bis bald, sicheres Arbeiten und allzeit Glück auf!